Musik Ich biete geführte Kanutouren an, hier im unteren Odertal, im Nationalpark unseres Odertal und auch hier in dem polnischen Gebiet. Das Besondere an dieser Region ist, dass wir es hier mit einer völlig natürlichen Flussau zu tun haben. Die schwankenden Wasserstände der Oder bedingen einfach eine unglaubliche Artenvielfalt und das ist das, was wir bei den geführten Kanutouren dann auch entdecken können. Ich bin Kanu- und Natur- und Landschaftsführer im Nationalpark unseres Odertal und dafür auch geschult und zertifiziert. Mein Angebot richtet sich an alle, die gerne so einen Naturraum kennenlernen möchten. Vorkenntnisse braucht man nicht für die Kanutouren. Ich habe das ganze Material dabei, ich bringe die Boote mit, die Ausrüstung, die Schwimmwesten, ist alles da. Ich mache vor jeder Führung auch eine kleine Paddelschule, wo ich dann nochmal zeige, wie das funktioniert mit dem Paddeln. Und das kann eigentlich jeder. Für mich ist es eines der allerschönsten Gebiete, um Kanu zu fahren. Das ist hier eine ganz natürliche Flussaue, wie wir sie sonst selten haben in Europa und man kann unheimlich viel entdecken. Und das ist es ein bestimmtesências. Es ist hier ein bisschen besseres Wagen. Wir bekommen jemanden und be Chris zum narcissisten. Alfie und ich glaube, ich kann das nicht ein bisschen wie übers